Mittlerweile steht eine ganze Reihe von Fragen im Raum, die die Ermittlungen zu mutmaßlichen Scheinrechnungen und möglicher Parteienfinanzierung rund um eine blau-orange Werbeagentur ergeben haben. Vor allem ist es die Frage, ob Herbert Kickl, der eine längere Beteiligung selbst als unvereinbar bezeichnet hatte, nicht doch über Jahre an der Werbeagentur beteiligt gewesen ist. Es gibt jedenfalls Hinweise darauf, wie Ulla Kramer-Schmidt berichtet. Anfang Juli war sich Heinz-Christian Strache noch sehr sicher. Es hat ja hier völlig falsche und unwahre Behauptungen gegeben. Die Kampagne gegen die FPÖ und auch gegen meine Person und gegen FPÖ-Generalsekretär Kickl ist letztlich und bricht in sich zusammen. Die Rede war von der blau-orangen Werbeagentur Ideenschmiede. Es wird wegen Untreue, Bilanzfälschung und Betrugs ermittelt. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl soll an der Agentur beteiligt gewesen sein. Die Causa glitt in die politische Sommerpause. Der grüne Peter Pilz hat offenbar nicht Ferien gemacht, denn heute sagt er Jetzt habe ich ein Aufwandskonto entdeckt in der Buchhaltung der Ideenschmiede. Und das ist ein Konto auf den Namen Herbert Kickl. Es liegt also ein Beweis vor, in der Zeit, in der Herbert Kickl leugnet, in der Ideenschmiede gewesen zu sein, war er eindeutig dort. Die Ideenschmiede ist 2005 in Klagenfurt gegründet worden. Kickl hat sich damals über einen notariell beglaubigten Treuhandvertrag beteiligt. Das wirft die Frage auf, hat Kickl, der als FPÖ-Generalsekretär der Ideenschmiede immer wieder FPÖ-Werbeaufträge erteilte, über Umwege finanziell profitiert? Oder die FPÖ? Gegenüber den Ermittlern hat Kickl das stets bestritten. Er sagte, da ich Ende April 2005 Generalsekretär der FPÖ wurde und eine Treuhandschaft nicht mehr vereinbar war, löste ich diesen Vertrag einige Wochen nach Gründung. Mündlich haben wir vereinbart, dass ich ab diesem Zeitpunkt kein Gesellschafter mehr war. Das steht freilich im Widerspruch zur Aussage des Steuerberaters der Agentur. Er sagte bei seiner Einvernahme, die Treuhandschaft wurde dem Finanzamt schriftlich von mir mitgeteilt. Ein Auftrag zum Widerruf wurde mir nie erteilt. Soll heißen, laut Steuerberater ist die Beteiligung Kickls an der Ideenschmiede über die Jahre aufrecht geblieben. Peter Pilz zieht seine eigenen Schlüsse daraus. Das ist ein persönliches Konto Herbert Kickl. Also ist er damals entweder Gesellschafter oder Beschäftigter der Ideenschmiede gewesen oder beides zusammen. Eine Anfrage der ZIB 2 an Kickl blieb unbeantwortet. Von einem Zusammenbruch der Ermittlungen ist jedenfalls keine Rede. Die Justiz wird demnächst entscheiden, ob Kickl in der Kause Ideenschmiede Zeuge bleibt oder als Beschuldigter geführt wird.